Machen wir es einfach kalt und schmerzlos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Miniatur Modell Eisenbahn Spur N, Folge 83, mit mir, dem Baureihe 9932 Freak. Ja, und da werden wir. Meine Anmoderation, die mache ich mal ein kleines bisschen anders. Fette ich bestimmt auf, ja, das mache ich auch gerade. Und der Baum hier, der sieht ja schon mal wieder klasse aus. Guckt euch das mal an. An der Seite hier mit dem Teil. Nicht so geil. Naja, gut. Ja, was gibt es nächste Woche? Ein Bogengleis C145 und ein Bogengleis C222. Aha. Und die Woche halt die 5 Personenfiguren, ein Laubbaum und ein Bogengleis C145. So. So. Das heißt, die Ausgaben werden jetzt, denke ich, doch ein bisschen kürzer mit diesem neuen Videoformat. Ich werde dieses Videoformat, denke ich, jetzt mal immer so machen. Ja. Auf den Schienen von Lissabon. Hm. Ah, Wheypool. Verbindung zum Fahrdraht, der Stromabnehmer. Ach ja, und hier ein Wheypool 185. Ah, schön. Vorhin habe ich neulich erst einen alten DR-Doppelstockwagen gesehen. Na gut, Zug. Mit einer 112 und vier alten DR-Doppelstockwagen. Das war ja nicht. USA M10.000 von Union Pacific. Sind hier irgendwie immer nur irgendwie so amerikanische Logs dran. Und warum sehen die alle sesslich aus? Meiner Meinung nach. Für den Figuren, ein blühender Baum und ein Gleis. Ja. Sie verlegen sieben Gleise. Und zwei Weichen auf der linken Diorama-Seite. Ah ja. Ja. Jetzt fängt das da auch so auch an. Da passt doch. Na bitte. Passt ja. Okidoki. Das werde ich nachher mal anfangen. Ja. Okay. Okidoki. So weit bin ich noch nicht mit dem Gleisen da. Werde ich mal nachher machen. Ja. Und nächste Woche, wie gesagt, das hier. So. Dann haben wir einen Laubbaum, der hier unten so ein komisches Zeug dran hat. Das man sehr schlecht abkriegt, aber egal. Da haben wir, glaube ich, vier von den Bäumen mitgesang. Irgendwie, vier haben wir jetzt so. Dann das Bogengleis. Und unsere fünf Figuren. Jo. Das wär's dann. Jo. Das war's mit dieser Ausgabe von Let's Play Miniatur Modell Eisenbahn Spur N. Mit Folge 83 und nächste Woche 84. Jo. Dann bedanke ich mich wieder herzlich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach. Und ja. Dann wünsche ich euch soweit einen noch ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Euer Baureihe 9932Freak. Und zwar nicht mehr. Untertitelung aufgrund von der Quảng XIX